Nun, du kannst jetzt damit beginnen, einen ruhigen Ort aufzusuchen. Am besten legst du dich in ein Bett oder in eine Couch oder einfach auf eine Isomatte, auf der du es dir ganz bequem machst. Ganz bequem machen. Ruhen Einfach nur ruhen. Und während du immer tiefer ruhst, geht es darum, dass alles, was in deinem Bewusstsein ist, nicht du selbst bist. Es sind nur deine Gedanken. Du bist es nicht selbst. Es sind nur Gefühle. Du bist es nicht selbst. Und dahinter ist dieses immerwährende Bewusstsein, in dem alles entsteht. Deine Gedanken. Deine Gefühle. Die Emotionen. Emotionen. Sie sind viel mehr als nur ein Lächeln. Und du weißt es eigentlich ganz genau. Du kannst immer sagen, es ist nicht mein eigentliches Selbst. Denn dein eigentliches Selbst war schon immer da. In diesem Bewusstsein, diesem eigentlichen Selbst, entstehen die Eindrücke, die Wahrnehmungen. und sie vergehen, auch so, wie sie gekommen sind. Und dahinter, ganz weit oder ganz nah, bin ich an sich. Und langsam, ganz langsam, in deinem Tempo, kannst du damit beginnen, deinen Körper wahrzunehmen. Es beginnt mit deinen Füßen, die auf dem Boden ruhen oder auch im Bett, auf der Couch, ganz entspannt, ganz locker. Die vielen kleinen Muskeln in den Füßen, sie schlafen. Und wahrnehmen kannst du den linken großen Zeh. Ganz am Ende beginnen, beim linken großen Zeh. Wahrnehmen. Wie er sich anfühlt, der linke große Zeh. Fühlen. Genau so kannst du den rechten großen Zeh wahrnehmen. Genau so wahrnehmen, wie den linken großen Zeh. Du kannst auch den Unterschied wahrnehmen zwischen dem linken und den rechten großen Zeh. Und während du den Unterschied wahrnimmst, kannst du gleichzeitig tief ein und langsam, ganz langsam wieder ausatmen. Manchmal geschieht es wie von selbst. Dass man dabei immer tiefer einsinkt. In die Unterlage, in das Bett, in die Couch. Und auch mit geschlossenen Augen kann man alles sehen. Vielleicht aus der Erinnerung heraus. Wer weiß sie schon ganz genau. So kannst du jetzt mit geschlossenen Augen deine kleinen Zehen betrachten. Den linken Zeh, den kleinen. Und dann mit dem kleinen rechten Zeh vergleichen. Welcher ist mehr spürbar oder anders? Und wenn du es wahrnehmen konntest, vielleicht mehr oder weniger, kannst du auch die anderen Zehen gemeinsam fühlen. Den großen Zeh kannst du fühlen. Den großen Zeh kannst du fühlen. Die drei dazwischen. Und auch den kleinen Zeh auf der linken Seite. Und genau so kannst du die Zehen auf der rechten Seite fühlen. Und wenn du es wahrnehmen konntest, vielleicht mehr oder weniger, kannst du die Sohle fühlen. Ja, du kannst sogar beide Sohlen gleichzeitig fühlen. Die Fußsohlen fühlen. 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 Wahrnehmen. So wie es dir möglich ist in diesem Moment. Und vielleicht kannst du sogar die Oberseite fühlen. die Oberseite deiner Füße. Und solltest du etwas nicht wahrnehmen können, dann ist es so. Dann sage dir einfach, das ist so, das spüre ich etwas weniger. So versuche, genau so die Ferse zu fühlen. Die rechte und die linke Ferse. Und du kannst sie vergleichen. So kannst du jetzt die Füße fühlen. Im Ganzen. Beide Füße gleichzeitig. Und immer zum Atem zurückkehren. Und mit jedem Ausatmen immer tiefer einsinken. ganz wie von selbst. Wenn du nun beginnst, die Wade mit dem Schienbein zu vergleichen, kannst du den Unterschied herausfinden. Wo ist mehr Lockerheit? Am Schienbein oder an der Wade? Welches Schienbein hast du mit welcher Wade verglichen? Die linke und die rechte Wade. Das linke und das rechte Schienbein. So kannst du dich jetzt in die Knie hineinfühlen. Genau so. Wenn du sie nun vergleichst. Das rechte mit dem linken Knie. Ist es eine Wärme lockerer wie das andere? Und wie fühlen sich deine Oberschenkel an? Beide anders oder gleich? Eins lockerer wie das andere? Deine Beine. Sie ruhen auf der Unterlage. Versuche die Unterlage, auf der die Beine liegen, wahrzunehmen. Und weil du alles mehr oder weniger wahrnehmen konntest, kannst du deine Beine wie als Guss fühlen. Schwer wie Blei. Alles hängt irgendwie zusammen. Und du kannst es fühlen. Und du kannst es fühlen. Fühlen, so wie du es fühlen kannst in diesem Moment. Auch die Ungleichheit kannst du wahrnehmen. Genau so wie die Schwere. Mit geschlossenen Augen kannst du den Unterkörper betrachten. Auch den Bauch. Genau so kannst du das Gewicht wahrnehmen. Und die Unterlage. Wie eins. Auch der Rücken. Du nimmst ihn wahr. Deinen Rücken. Die Unterlage, auf der er liegt. Und sollten noch irgendwelche Spannungen im Rücken sein, dann stell dir vor, dass die Unterlage die Spannung wegmassiert. Und genau so kannst du den Brustkorb wahrnehmen. Genau so wie die Atmung. Nicht du atmest. Es atmet dich. Langsam ein. Und langsam wieder aus. Die Bauchdecke oder der Brustkorb. Wer dient sich mehr aus? Wie du deine Grenze spüren kannst, nach außen. Den Raum, den du einnimmst. Und deine Schultern. Diese Schultern, die alles tragen. Sie dürfen sich jetzt ganz lockern. Jägige Last lässt du einfach los. Jetzt. Und du nimmst die Arme wahr, bis zu dem Ellenbogen. das Handgelenk. Und jetzt nimmst du die Unterarme und das Handgelenk wahr. das Handgelenk links, weil du es nun mit dem rechten Handgelenk vergleichst. Und weil du das alles mehr oder weniger wahrnehmen konntest, kannst du den ganzen Körper bis hin zum Hals betrachten. Du kannst vielleicht das Gefühl haben, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Dann ist es so. Weil alles verbunden ist, so wie auch du verbunden bist. Alles ist miteinander verbunden, sogar die Unterlage. So kannst du sicherlich fühlen, was sich links und rechts verschieden anfühlt. Welcher Teil ganz locker ist und welcher noch nicht so. Welcher Teil sich wärmer anfühlt. Vielleicht kannst du auch die Muskeln spüren, die ganz müde sind oder auch nicht so müde. Und du kannst dir immer erlauben, zu sagen, das ist so. Versuche den Nacken wahrzunehmen, den, der den Kopf trägt. Und den Kopf selber. Fühle. Fühle den Nacken und den Kopf. Die Gesichtsmuskeln ganz locker und ganz entspannt. Wie sich wohl die Kopfhaut anfühlt, fragst du dich vielleicht. Kannst du die Kopfhaut wahrnehmen? Und die Atemluft, die durch die Nase streicht. Und du kannst jetzt beim Ausatmen alles abgeben. Mit jedem Ausatmen ein bisschen mehr und mehr. Ja, du kannst jetzt mit jedem Ausatmen alles abgeben. Du kannst die Zunge leicht an den Gaumen legen, hinter die oberen Zähne. Den Kiefer dabei leicht öffnen, ganz locker. Und beim Ausatmen das Gefühl haben, dass du alles abgegeben hast, was du nicht mehr brauchst und was nicht zu dir gehört. Und, dass du ein bisschen davon spürst, was dein eigentliches Selbst ist, das, das dein Bewusstsein hat. Und in diesem Bewusstsein treten die Gefühle auf, die wieder vergehen. Die Ängste, die Sorgen, die Niedergeschlagenheit vielleicht. Die lässt du einfach los, lässt alles gehen. Verabschiede dich nun von ihnen. Die Freude, die Lebensenergie und die Zuversicht nimmt dein Bewusstsein an. Und du bist dankbar dafür. In diesem Bewusstsein treten die Gedanken auf. Die Gedanken aus der Vergangenheit und die Gedanken der Zukunft. Und in diesem Bewusstsein treten auch die Bilder auf und die Eindrücke, die Gefühle. Und du kannst jederzeit sagen, das ist so. Diese Gedanken kommen und gehen wieder. Schöne Gedanken und Gefühle behältst du bei dir. Denn dahinter ist dein eigentliches Selbst, dein sonniges Sein, das schon immer da war, was schon immer da war und immer da bleiben wird. Nehme dir nun einen Augenblick Zeit, um diesen Zustand zu genießen. in dem du nur im Hier und Jetzt in deinem Körper bist. Voll positiver Gedanken und Energien. Du kannst es genauso fühlen, wie du bisher alles gefühlt hast. Lebensfreude, Lebensenergie, eine gewisse Unbekümmertheit, eine Leichtigkeit. Leicht wie eine Feder. Und du bist es dir wert. Du solltest diese Meditation immer, wenn möglich, täglich wiederholen. Denn mit jeder Wiederholung lernst du und es gelingt alles besser und besser. Nehme dir einen Moment Zeit, um diese Meditation zu beenden und diese Ruhe und diese schönen Gefühle mitzunehmen in den Alltag oder in den Schlaf, ganz wie du willst. Lebensfreude, Lebensenergie, eine gewisse Unbekümmertheit, Unbekümmertheit, eine Leichtigkeit. Leicht wie eine Feder. Und du bist es dir wert. Wenn du das Gefühl hast, es wäre gut, sich aus dieser meditativen Trance zu lösen, dann tue es. Nehme dir dabei so viel Zeit, wie du dafür brauchst. Eine Leichtigkeit. La Leichtigkeit. Und du bist es dir wert. Leichtigkeit. Die Leichtigkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020